Willst du? Fang du doch mal an, fang du an. Hallo, wir wurden eingeladen von Tante Fanny, hier etwas zu kochen für die EM. Richtig. Ja, gut, machen wir es anders. Wir sind Toni und Bene von Because You're Hungry. Tante Fanny hat uns eingeladen, für sie in ihrer coolen Küche ein paar Snackrezepte für die EM zu kochen mit den ganzen Tante Fanny Teigen. Wir machen heute Pulled Chicken Rolls mit Filo Teig. Kleine Meatball Sticks, also wie kleine Fleischlauberl und ein bisschen Blätterteig. Warmer Flammkuchen, kaltes Beef Tartar, wird ein bisschen warm und wir essen es direkt. Frische Kräuter drauf und wir machen Dips dazu. Wir machen nämlich einen Cheese Beer Dip. Einfach nur so ein bisschen frischen Salat. Alibi Salat. Kult Pork, nein, das weißt du nicht. Du darfst dann nachher den Burger anmoderieren, okay? Das ist geil. Das ist wirklich gut. ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk